Die Internationale Automobilausstellung, hier ist Salam Fernsehen 1 und 2 und hier ist der OVL von Aspark 2019 bestellbar. Das ist immer ein ganz kleiner Eindruck von der IAA hier. Tiefer geht schon kaum mehr. Der OVL. Mit 300V Spannung betrieben. Zwei Sekunden von 0 auf 100. Das ist die Heckansicht. So sieht er aus. Ein paar Werte. 4,80 Meter ist die Länge. Knapp zwei Meter breit. Und die Höhe von nur gerade mal einen Meter Radstand. Zwei Meter und siebzig. Und ganze neun Zentimeter hängt er über dem Boden. Die Performance Daten sind von 0 auf 100 tatsächlich in zwei Sekunden. Und hat eine Reichweite pro Batterieladung von 150 Kilometer. Maximal Geschwindigkeit 280 kmh. Maximal Outputs hier sind 320 Kilowatt. Also knapp um die 500 PS. Und jetzt kommt es. Das Drehmoment. Halten Sie sich fest. 764 Newtonmeter. Das Ganze mit 300 Volt. Das Ganze mit 300 Volt. Und 2 Kilo Ampere. 2000 Ampere. Hier ist er. Der OVL. Von der Spark. Ja. Hier ist Salamkanz in eins. Von der IAA 2017. So sieht er aus. Im Stotz. Disease 같아요. Der OVL. Der OVL. Los. Im St 열 EVP. Trä Der OVL. Der OVL. Der OVL. Vers末uten在 100 Kilometer. Im St casi 5. Seine Superman. Im St. Der OVL. Eider. Da. Untertitelung des ZDF, 2020